So, wir machen das mal mit dem Finger, dass wir jetzt von hier nach da gehen, aber ein bisschen schmaler. Das heißt, wir gehen hier los und dann biegen wir ein bisschen ab, so ein kleines bisschen nach vorne, kleine, mini-Rundung und gehen hier hin zurück, okay? Also, wir gehen hier los, wir biegen ein bisschen ab, eine kleine Rundung und hier hin zurück. Ich mache es mal vor, okay? Also, die Maus ist ja von der Seite. Wir gehen hier so runter und dahin zurück. Eigentlich, oh, das hätte jetzt noch ein bisschen gebogen sein können, ist egal. Eigentlich ist es ein bisschen, also hier ein kleiner Bogen sein, mit dem Schwarz kann ich das jetzt nicht korrigieren. So, ein bisschen gebogen, eigentlich so wie ein richtiges Ei, weil wenn man sich ein Ei in der Packung anguckt oder ein Ei anguckt, ist es unten so rund, es wird nach oben ein kleines bisschen schmaler. Es ist gar nicht wie ein Oval, sondern es ist immer ein bisschen schmaler. Eigentlich ist es ein liegendes Ei. Ja, also ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017